Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Another Brick in the Mall, das Spiel mit dem Scheißnamen und wir machen weiter hier. Wir bauen gerade unser Fastfood-Restaurant, beziehungsweise wir, Moment, bauen die Straße dafür und... Kass... Ach, was? Hä? Äh, hier war sonst eigentlich nie was los, ne? Und jetzt geht's hier mega ab, okay? Äh, drei Kassierer sind da, mehr geht leider nicht, also volle Kap... Wahaha. Leute. Leute, übertreibt mal nicht, ne? Und zwar, äh, wir holen uns nochmal, Kassierer, wir holen dich. Du kommst um sechs, ja, und dann holen wir noch... Dich, du kommst... Um 14 Uhr. Okay. Joa, passt. Krasser Scheiße, ich hab keine Ahnung, warum das jetzt nicht so abgeht. Hier war sonst eigentlich immer relativ wenig los, aber... Wenn der Klamottenladen heute so abgeht, das heißt, wir werden richtig viel Money heute machen, ne? Das sollte euch klar sein. Hier ist irgendwie nichts mehr los. Warum auch immer. Was ist hier los? Ja, wir haben... Ja, ja, Restaurants gibt's noch nicht. Wo sind... Alter. Was? Okay. Okay, Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben sieben Kassen. Wie viele Leute sollten da sein? Um 20 Uhr? Okay. Das heißt, wir holen uns nochmal eine. Und zwar... Ja. Dich hier, komm. Du kommst da nochmal um 19 Uhr, weil wir zu der Zeit eh kaum Leute brauchen. Okay. Ja, ich weiß, ich weiß. Restaurants gibt's noch nicht und Kassen sind voll. Ich weiß. Es ist grad ein bisschen... Ein bisschen crazy, würde ich sagen. Alter. Was ist denn los mit euch? Und trotzdem so ein geringer Umsatz? What? Ja, wo sind die ganzen... Ach, was weiß ich. Also, im Supermarkt lief's... Naja, ich hätte jetzt mehr erwartet. Warum lief's hier schlecht? Was? Okay, und hier lief's gleich. Also, an den Kassen sah das ein bisschen anders aus. Vielleicht sind unsere Mitarbeiter auch nur scheiße. Kann natürlich auch sein. So, wir müssen hier ja erstmal die Parkplätze fertig kriegen. Bevor wir unser Fastfood-Laden öffnen können. Ähm... Und dann noch hier eine Loading Zone. Okay. Ach, hier nicht. Und dann kommen hier noch Kundenparkplätze hin. Nice. Und zwar Customer Parking. So, und so. Und so, und so, und so. Ich hoff. Der setzt hier an die richtige Stelle. Sonst wär's ein bisschen kacke. Na, oh Gott. Ihr seid doch echt zu blöd zum Kacken. Nein, doch nicht so. Oh, Mann. Leute. Leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch. Es, äh, ist doch wieder zum Kotzen hier. Ihr macht's wahrscheinlich auch wieder falsch, ne? Natürlich. Vollidioten. Jetzt parken die hier, um da einzukaufen. Ich krieg das Kotzen. I- hä? Haben wir keine Toiletten? Ne, stimmt. Was erforschen wir denn gerade? Äh, Tools. Okay. Hand Tools und Power Tools. Äh, eignet sich vielleicht für einen Baumarkt? Keine Ahnung, eventuell. Was ist jetzt los? Ihr wollt mich doch verarschen. So, siebte Kassiererin ist da. Mehr kann ich dann auch nicht machen. Außer, ähm, ausbauen. Aber das geht jetzt leider nicht. Hä? Wo? W- Alter. Jetzt sollten eigentlich ein paar Kassierer kommen, ne? Da ist eine da. Okay, okay. Ich wollte gerade schon sagen. Ich- ich weiß. Stresst mich nicht. Ihr läuft scheiße, wie ihr seht. Wahrscheinlich brauchst du das noch falsch. Ja, hier oben auf jeden Fall. Und hier jetzt wahrscheinlich auch, oder? War ja klar. War ja klar. Ich will aber nicht, dass da Parkplätze sind. Mann. Abbrechen. Moment. Wegmachen. 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 So. Damit die Idioten das auch mal kapieren hier. Mann. Oh Mann. So, ja. Keine Toiletten. Keine Restaurants. Volle Kassen. Geil! Geil! Und leere Regale. Was? Jetzt vergammelt uns schon das Zeug hier. Warum ist das auch... Wow. Ein Tag. Einen ganzen Tag haltbar. Wow. Super. Hier sind es immerhin einen Monat oder so. Ja. Komm, geh weg. Okay, Leute. Wir müssen... Wirklich mal schauen, dass wir hier das scheiß Restaurant eröffnen, ne? Das kann ja nicht sein. Okay. Da ist doch gar nichts mehr. Okay. Passt doch. Nice. Gut. Dann könnt ihr hier wieder die Straße bauen. Okay. Dann hier wieder Kundenparkplätze. Das ist echt stressig hier, ne? Das hier muss leider auch noch weg. Wollt ihr mich... Als ob... Okay, dann machen wir das anders. Und zwar, die Straße kommt weg. Und wir bauen die... Hier entlang. Hallo. Moment. Oh Gott. Ja, das soll schon weg. Ja, ist gut. Ich... Lasst mir halt mal ein bisschen Zeit hier. Mann, wenn ich so langsame Bauarbeiter habe. Los정 im seguro. Ich... aga kurz. Ich... Mann, wollt ihr selbst. Ich werde Movistboden vonmarisch durch repetitive aus. Und dann lease könnte bald die Cщее angemültigen. Ich werde mithilchieren. Oh Gott. Oh Gott. Die Straße brauchen wir eigentlich gar nicht, ähm, das hier kommt weg, okay, boah ist das anstrengend, so wie, wie läuft's denn hier, okay, so wie immer, hier auch irgendwie, wie immer und hier auch, na super. Wir brauchen jetzt noch eine Loading Zone dafür, ne? Oder hier hin und das, äh, weg. So, hier ist nix mehr, abbrechen, ab, danke. Okay, okay, und jetzt bitte hier noch fertig bauen. Ah, ey, ey, Leute, ne? Das gibt's doch nicht. Ja, super. Das sieht aber scheiße aus. Ne, das, das muss weg. So, was ist das hier jetzt? Moment, also, weg damit. Das sieht scheiße aus. Äh, ja, ich weiß, wir haben keine Toiletten, tut mir leid. So, okay, dann machen wir hier noch die blöden Parkplätze hin. Okay. Gut, dann würde ich auch sagen, bis zum nächsten Mal. Liken, abonnieren, Favoriten sehen, kommentieren, teilen nicht vergessen. Bis dann und ciao. Und, äh, im nächsten Part werden wir dann das Restaurant aber auf jeden Fall eröffnen. Äh, es war jetzt anstrengend. Tschüss. Und, äh, im nächsten Mal.